Also, auf, Ray. Wir haben gewonnen. Sam, es ist vorbei. Wow. Da ist aber jemand paranoid. Sieh dich doch um. Zuerst musst du mir beibringen, wie man so ein Ding fährt, bevor ich dich loswerden kann. Hä? Hä? Okay, Susi. Ich will das Segel in den Wind setzen. Geh mal rüber an die Winde. Scheiß doch auf die Winde. Ich will jetzt viel lieber fahren. So läuft das aber nicht. Das Ding fährt nicht, es segelt. Und jetzt geh an die Winde. Ich will mich ein bisschen treiben lassen. Verrückt. Das ist mir gleich an dir aufgefallen. Dass du es sehr gern treibst. Susi. Auf dem College ist es schon so gewesen. Ich wette, du hast nur die Kurse mit Multiple-Choice-Fragen in der Abschlussprüfung belegt. Und du hast nie ein Buch gekauft, sondern dir ein Mädchen gesucht, das dir ihr es geliehen hat. Und dafür hast du sie gefögelt. War es nicht so? Ist doch so gelaufen. Ich habe eine echt gute Abschlussprüfung für dich. Du musst die Antwort einfach nur ankreuzen. Bevor Medea auf der Helios davon gesegelt ist, hat sie König Creon und die Prinzessin umgebracht. Womit? Mit einem Stein? Mit einer Landseite? Oder mit Gift. Mit Gift. Gut geraten.